Hi ihr Lieben, ja ich stehe hier in meiner Zeit, hab den Buszucht verpasst, muss jetzt leider bis kurz vor, ja drei Minuten nach zwölf muss ich jetzt warten auf den nächsten Zug, natürlich Bock Mist, weil ich bin jetzt mit dem Schienenersatzverkehr hingekommen und ja, was soll ich machen, ich hoffe meine Psychologin sieht das nicht so ein, ja ich wollte mich mal melden, auf jeden Fall bin ich gut weggekommen, nur wie gesagt, blöderweise, ist doch verpasst, fahr mit dem späteren Zug Wie ihr seht, schneit es, kacke, aber, naja, shit happens, auf jeden Fall geht's gleich weiter, tschüss